Hallo Nico Santos. Hallo. Nie wieder Musik hören oder nie wieder Musik machen? Boah, ist das schwer. Ich glaube dann, nie wieder Musik hören. Warum Santos und nicht Wellenbrink? Weil Wellenbrink ein bisschen klingt wie so ein Politiker. Du bist Sternzeichen Steinbock. Findest du das passt zu dir? Ich glaube schon. Ja, ich bin schon so ein bisschen hier Kopf durch die Wand. Und ein bisschen auch so, ja, ich glaube schon, ja. Seit dem letzten Fragenhagel vor fünf Jahren ist bei dir viel passiert. Alben, Touren, Krone. Was kommt in den nächsten fünf Jahren? Ganz ehrlich, ich hoffe nur gutes, schönes Privatleben. Vielleicht ein bisschen mehr bei der Familie sein auf Mallorca. Du als Weekend-Lover, welcher ist der beste Tag am Wochenende? Der beste Tag. Als Musiker hast du kein Wochenende, aber wenn, dann glaube ich. Ich glaube, der beste ist doch eigentlich Samstag, weil Sonntag ist ja alles zu. Ich gehe meistens gerne raus und weiß nicht, dann holt man sich irgendwas Schönes und dann lieber Samstag. Du liebst Eis. Bist du Beißer oder so ein... Ich kann beides. Lecker. Lecker, so ein Schlecker, ne? Ich kann beides. Kennt ihr das, dass man sogar mit den Vorderzähnen in so eine Kugel Eis reinbeißen kann? Das kann ich auf jeden Fall. Aua. Filterkaffee oder Siebträgermaschine? Latte Macchiato mit so viel Milch und so einer Pipette Kaffee. Ich bin gar kein Kaffeetrinker. Beende den Satz. Wenn ich für Deutschland zum ESC fahren müsste? Ja. Dann würde ich wahrscheinlich eine Krankheit fingieren. Du bist auf Mallorca aufgewachsen. Wie wäre dein Ballermann-Künstlername? Mein Ballermann-Künstlername wäre Nitro Sanchez. Träumst du auf Deutsch, Englisch oder auf Spanisch? Kommt auch an, mit wem ich träume. Also wenn meine spanischen Kumpels, dann Spanisch, aber meistens Deutsch. Wer ist eigentlich Bimi, das rote Riesenkänguru? Bimi, das rote Riesenkänguru ist ein Hörspiel von meinem Papa mit mir. Und da war ich fünf Jahre alt. Das ist schon über 25 Jahre alt. Das süße rote Bimi. Sing den mal. Bimi, 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 du bist das tollste rote Riesenkänguru. Du hast rote, rote Boxhandschuhe. Und alle Kinder lieben dich. Hast du mittlerweile mal ein Buch gelesen? Ich habe ein Buch angefangen, ja. Du wirkst immer entspannt und nett. Was bringt dich so richtig auf die Palme? Rassismus und Ungerechtigkeit. Wenn jemand so einfach so ohne Grund einfach patzig ist, dann kann auf jeden Fall auch mal der spanische Choleriker rauskommen. Hast du eigentlich Tattoos? Wenn ja, welche und wo? Keine. Wenn du ab morgen keine Popmusik mehr machen dürftest, was wäre dein Ausweich-Genre? Ausweich-Genre? Ich glaube, ich würde dann so R'n'B machen oder sowas. Aber so Neo-Soul-R'n'B. Wie kurz oder lang ist die perfekte Badehose? Ein bisschen noch über die Knie. Beende den Satz. Zum perfekten Roadtrip gehört für mich? Zum perfekten Roadtrip gehört für mich gute Musik. Roadtrippen von Red Hot Chili Peppers. Im Auto lieber Fenster auf oder Klimaanlage? Fenster auf. Welche Tiere sind Teil der Bremer Stadtmusikanten? Der Esel, der Hund, die Katze und der Hahn. Wow! Welche Frage sollen wir dir in fünf Jahren stellen? Nico, bist du noch genauso glücklich wie vor fünf Jahren? Dein Gesicht, wenn kein Eis mehr im Tiefkühlfach liegt? Boah, echt. Diese awkward Pause. Ich dachte, ich schaff die ohne awkward zu sein. Ihr seid echt fies. Danke, Nico. Danke. Danke. Danke.